hallo und guten morgen ihr lieben ja ein neuerlicher video tagebuch eintrag ihr seht schon ich bin mit meiner luna auf der morgengassi runde und wieder am sempfeld unterwegs allerdings nicht nur sempfeld sondern schaut mal hier wächst auch mega viel kamille und was mache ich dadurch dass er alles noch so extrem wächst und sich verhält wie im frühjahr eher ja ich sammle mir meine kräuter für den tee also es ist genial ich gehe hier durch die natur sammeln mir kräuter für tee sammeln mir pflanzen kräuter für salat und wird es mir dann einfach mal gut schmecken lassen ich hoffe du bist heute auch hervorragend wieder aus dem bettchen gekommen hast den start in den neuen tag super toll hinbekommen und genießt einfach den tag ja es gibt so herausforderungen die so auf uns warten aber die wollen gelöst werden und du weißt ja geht nicht gibt es nicht es gibt nur ein es geht noch nicht und probleme gibt es nicht es gibt nur herausforderungen denn mit dem blick auf die herausforderung findest du definitiv auch eine lösung dafür in dem sinne ich wünsche dir einen wunderschönen tag vielleicht bist du heute abend auf meinem insta oder facebook profil mit dabei zum warm klöppeln um 18 30 vielleicht bist du auch einer der teilnehmer um 19 30 im online klöppelkurs der dann über vier dienstagabende laufen wird jetzt wünsche ich dir wie gesagt einen super spannenden tollen tag tschüss und winke winke denn kreativ gute simone